so da gucken tummeln sich hier wieder tier am energieknoten wie gern ich schon heilmagie hätte naja tatsache da sind tier am energieknoten ok ok läuft schon mal viel besser als der erste versuch und ja die map ist auch nicht so sonderlich groß eigentlich für die erste map ich finde es halt auch lustig was sie hier trägt in ihrem porträt und hier als avatar passt einigermaßen zusammen aber was sie dann in den cutscenes im porträt trägt ist ja wieder was ganz anderes da trägt sie nämlich noch irgendwie einen umhang so lagermeister den können wir überspringen ich hätte gerne einen hiervon und ich hätte gerne einen ersatz wir haben fähigkeit so bis zum ersten außenposten ist kein problem wir machen die beiden höhlen achso das ist die mine dort was wir dort sehen also das hier ja go where well we don't know good das ist nur ein stop befehl ok so die wolfshöhle und die monsterhöhle freiräumen hier liegt wieder ein haufen ressourcen rum wir haben sogar noch alle sachen gespeichert ja we serve the empire your enemy is my enemy aim we serve the empire we serve the empire let's go yes sir we're almost there we serve the empire ach die monsterhöhle hat schon wieder ihre höhlen monster respawned was hier oben waren einfach nur vogelfrei gegner huh gut Happy to serve. Yes, sir. So, bis jetzt keine Verluste. Blenden wir die mal auch. Das erhöht nur die Zeit. Das hier erringert ihren Angriff, also die Chance, dass sie treffen. Dann sollte ich vielleicht lieber das nehmen. Ja, sir. Das Dorf hat noch nichts für mich. Goblin-Mina hat auch noch nichts für mich. Ja. Still, ich kann nicht reden. Es ist alles ruhig, die Helden sind nirgends zu sehen. Einige Soldaten sind zum Spielen in Marks Hütte gegangen. Der alte Fuchs weiß, wie man ihre Taschen leert. Everything's been calm for a few days. Too calm, if you ask me. Seid eigentlich, kann ich es ruhig zurück, wenn ihr mich fragt. The border is secure. Die Grenze ist sicher. Hush! The border is... The border... Everything's been calm. Okay. Du gehst mal darüber, dass wir mit dem... Bauern reden, wegen seiner Quest. Dann machen wir die erstmal, würde ich vorschlagen. Yes. Und ja, ich gehe wirklich lieber den oberen Weg hier. Der sieht sicherer aus. Hier ist nämlich gar nichts. Er hat auch eine Monsterhöhle. Yes. Good. Well, we don't know. Good. Happy to serve? Uh-huh. Ja, noch bin ich nicht nahe genug an ihm dran. Good. Was macht eine schöne Frau wie ihr an diesem Ort? Damir bat mich, euch eine Besitzung zu bezahlen. Er will, euch etwas zurückzuholen, das ihm gehört. Er will etwas zurückzuholen. Er will etwas zurückzuholen, das ihm gehört. Du meinst das Titanium-Sword? Er meint das Titanschwert? Hat er vergessen, dass wir es beim Kampf gegen die Orks verloren haben? Ich weiß, wie viel das Schwert für Damir bedeutet. Es war uns Großvater. Ich wünsche, ich könnte es zurückzuholen, aber ich kann es alleine machen. Ich weiß, wie viel Damir das Schwert bedeutet. Es gehörte seinem Großvater. Ich würde es gerne zurückholen, aber das schaffe ich nicht alleine. Okay. Wir sind fast da. Da hinten sind da so Orks, eh. Ja, da ist ein Ork-Lager. Aber mit Orks will ich mich erstmal noch nicht anlegen. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Auch wenn es definitiv schlimmere Sachen gibt als Orks. Ja, hier ist zum Beispiel auch ein kleines Ork-Lager. Bis jetzt hat keiner der Städte noch eine neue Quest für uns. Wir servieren dem Empire. Oh. Das ist natürlich unschön. Das ist alles. Das ist auch noch ein Grizzly-Bär, das macht sich gerade besser. Also ja, wir haben einen Schützen verloren. Das ist nicht gut. So, die Ork-Hütte ist da. Das Dorf macht uns ein Angebot. Ah, etwas aus der Monsterhöhle. Ja. Go where? Happy to serve? Ich würde so gerne sehen, wie die Elfen verbrennen, wenn sie versuchen, durch das Feuertor zu gehen. Well, we don't know. We serve the Empire. Wenn die Schwertkämpfer festhängen, ist das nie gut. Let's go, let's go. On your command. Imperiale Garnison, die brauchen jetzt Nahrung, okay. Yes.